Hallo Freunde, willkommen zu dem nächsten Teil von Thief, Deadly Shadows. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wie ich zur Bibliothek der Hüter komme. Das ist die Frage jetzt. Der Steffen hat mir leider nicht geantwortet und das heißt, ich muss jetzt selbst suchen, aber das kann wieder ewig dauern. Also, ich habe keine Ahnung. Zu den Docks vielleicht, ich glaube bei den Docks war ich hier auch schon. Das macht aber auch keinen Sinn in die Docks zu gehen. Also zum Hafen. Hier war der Eingang von der Bibliothek und das war es auch schon. Bei Terzeshof. Einen anderen Eingang kenne ich hier leider nicht. Stone Market, Altstadt, Docks und Südviertel. Ich glaube, ich war überall schon. Habe überall schon nachgeschaut, außer bei den Docks. Ob da vielleicht noch so ein Zugang ist, aber das ist doof. Fort Eisenholz, hier war ich auch schon. Da waren die Zombies, genau. Und hier war ich drin. Aldale ist verschlossen. Stone Market, ja. Kloster der Hüter wahrscheinlich. Aber hier komme ich auch nicht rein, weil hier ist irgendwie zu. Da komme ich nicht weiter. Eingang von Bibliothek der Hüter. Nordturm. Orleans Gemächer. Nordturm. Speisesaal. Schlafsaal. Also, Tja. Eingang, da muss ich irgendwie reinkommen, aber ich habe keine Ahnung wie. Kadukas Gemächer. Halle der Statuen, Passage zur Altstadt. Kadukas Gemächer. Das ist doch die, die umgebracht wurde. Vielleicht kann ich hier irgendwie hin. Hier steht, äh, Bibliothek, Passage zur Altstadt. Vielleicht komme ich hier irgendwie rein. Aber das sind die unteren Bibliotheken. Glad to see you. Wie komme ich zur Altstadt nochmal? Brunnen. Ich bin jetzt hier, glaube ich. Hier ist der Verkäufer. Genau, ich bin hier. Ähm, wie komme ich jetzt nochmal? Hier, Glockenturm Altstadt. Nochmal zu St. Edgar zurück. Südviertel. Hier. Hier, okay. Did I see something? Who's that? What do you want? I'm going to get help. Oh my. You stay away? So, Leute. Drückt mir die Daumen. So, jetzt bin ich wieder hier. Ähm. Ich bin jetzt hier bei der Taverne. Stone Market. Altstadt. Ah ja, doch. Stone Market. Ich glaube, hier bin ich richtig. Obwohl hier auf der Seite ja Terzes Hof ist und so weiter. Aber, wie gesagt, da komme ich leider nicht rein. Ich sehe auch keine Klüfen oder sowas an der Wand. Eigentlich müsste ich hier irgendwie reinkommen, aber... Tja. Ob da oben vielleicht was ist? Keine Ahnung, ey. Kloch Tower comes crashing down. Missing me by inches. And does anyone even say, you okay Clara? Nein, ich bin nicht eine rechtliche Person in der ganzen Stadt. Bitte keine Wache. Ah, stimmt, der Terzeshof, da hat ja irgendjemand was hinten dran versteckt, Alter. Das fährt mir gerade ein. Können wir gleich nochmal gucken hier. Ah, da ist es ja. Sehr schön. Ja, nur noch rauskommen hier. Wie gesagt, also hier ist alles zu. Gibt es keinen anderen Eingang in die Bibliothek. Das ist echt Mist. Mist, 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 Mist. So ein Mist, Alter. Wie komme ich hier rein? Tja, da muss ich doch über die Altstadt irgendwie. Ich müsste, ja, ich muss gucken, Alter. Auf jeden Fall habe ich keine Lust hier noch 10.000 Mal hin und her zu laufen. Da muss ich halt im Internet nachschauen. Ich habe halt gehofft einen Tipp von Steffen zu bekommen, aber der hat sich nicht gemeldet. Sieht dann schlecht aus für mich, ja. So, Altstadt. Und hier waren diese Tüterkiller, sage ich jetzt mal. Die habe ich alle platt gemacht. Das heißt, also, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann war es sicher auch nicht weiter. Ich blicke hier nicht durch, Leute. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich hier weiterkomme. Das nervt mich auf jeden Fall, weil hier ist, die Glyph ist auch rot. Ja, ansonsten. Keine Ahnung. Jetzt auch wieder so ein Ding. Aber leider kann ich die Glyph nicht aktivieren. Und hier geht es wohin? Dort Eisenholzer. Da war ich ja schon. Äh. Leute, 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 Leute. Was denn? Auf wen hat das abgesehen? Ich weiß nicht, warum er jetzt so auf 180 ist. Show dich selbst und end this trickery. Hey! Alter, sag mal, da kommen jedes Mal diese Wächter wieder. Das nervt. Oh, Junge. Jetzt sieht man, dass sie nicht hierher. Ja, ja, hier kann ich auch nichts kaufen. Und hier geht's auch nicht weiter, Leute. Eigentlich müsste ich hier rein. Ja, schade. Hier geht's, glaube ich, nach Orldale oder wo geht's hier lang? Zeig mal, Orldale, ja. Dann muss ich mal in die andere Richtung gehen. Ich bin jetzt hier auf der Seite. Das heißt, ich muss nochmal auf die andere Seite gehen. Eigentlich dürfte es gar nicht so schwer zu finden sein, aber, naja, Stone Market. Oder ich gehe zu den Docks. Oder was es da ist, keine Ahnung. Das ist ja noch nicht so schwer zu erzählen. Ich habe eine Ereise. Und ich gehe zu dem, meine Ahnung. Wobei die Welt gek Powiathams müssen. Kann ich hier hoch vielleicht? Das ist doch ein Hammerit. Warum ist denn der so weit hier? Keine Ahnung. Das ist doch ein Hammerit, oder? Ja. Ach, das ist eine Frau. Oh, ich dachte, das wäre ein Wächter. So. Aber. Oh. Immer noch unterwegs ist, Alter. Das ist doch ein Hammerit. Das ist doch ein Hammerit. Was war das? Oh, Junge. Oh, das ist doch ein Hammerit. Ich muss mich nicht interessieren. Oh, ich denke, das ist nichts. Also hier scheinen die Wachen immer zu kommen Da ist doch noch so ein Assassini hier irgendwo Wenn ich nämlich die Stimme hier hören kann Wo ist der Typ dieser Assassine wo könnte der sein? Komisch Alter wo sind die Deppen Alter? Tja ich denke nicht dass wir da sind Dass hier noch was rumliegt Das haben wir schon gelesen also Tja Wo kam die Stimme her von diesem Anderen Depp Sag bloß ich kann aufs Dach hier oben Kann ich hier hochklettern? Übers Dach gehts weiter Alter Oder warum ist der auf dem Dach? Verstehe ich jetzt nicht ganz Was habe ich denn noch hier? Na toll Oh scheiße Ich kann auch nicht mehr scrollen wenn ich da oben drauf drücke auf äh Warte mal ich muss mal kurz was gucken Muss mal kurz was gucken hier Objekt benutzen Vorheriges Objekt da habe ich drauf gedrückt Und irgendwie hat es hat er nichts gemacht Kann nicht sein dass ich äh Nächstes Objekt Rechte Ja was Rechte Hier nochmal Ich kann hier nichts auswählen aber vielleicht geht es auch nicht weil ich jetzt gerade hier an der Wand hänge Ah Deswegen Was ist wenn ich jetzt Öl hier hinschmeiße? Vielleicht fliegt er dann runter Nee doch nicht Nur ausgerutscht Ah der Depp Er rutscht jedes Mal aus aber ich will dass er da vorne ausrutscht Dass er hier runter fällt Aha jetzt bin ich wieder Mit dem Geschäft bin ich jetzt hier Okay also Jetzt weiß ich auch wo die Stimme herkam Dieser Sack Wie soll ich den jetzt töten bitteschön? Ich hab nur vier Pfeile alter So Jetzt fliegt er wahrscheinlich runter Ich hoffe es natürlich Spannung ist groß Fliegt er runter Fliegt er nicht runter? Werden wir gleich sehen Ah der rutscht nur hier aus alter Die Pfeife ey Tja keine Ahnung Der muss auf jeden Fall sterben Wie kann ich jetzt abbrechen? Ja das ist das Problem aber schau mal Schon mal gehabt Muss ich so lange warten bis der Aber er ist tot Das ist schon mal gut So endlich alter Ah Fort Eisenholz Ja gut okay Ich probiere mal hier weiter zu gehen Heißt das dass ich gleich über die Dächer Zu der Bibliothek komme? Aber Das wird gefährlich Leute Also Keine Ahnung Also hier komme ich auf jeden Fall mal nicht weiter Aber den Typ kann ich runter schmeißen So wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist die Frage Hier geht es nicht weiter Oje 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 Ne Das hat keinen Sinn alter Ich muss versuchen da drauf zu hupsen Okay das hat funktioniert Boah alter Äh Äh Hier ist eine Tür Aber das war es auch schon wieder Also weiter komme ich hier Wohl hier kann ich drauf Alter wenn ich hier runter fliege ey Boah Krass Wo bin ich denn hier alter Aha Aha Einfach nur ein Bett Tisch und so Sonst gar nichts hier Ähm Hä Wieso Kann ich hier rein wenn da gar nichts ist? Äh Egal komm Weiter gehts Nochmal Ganz schön hoch die Scheiße Ganz schön hoch die Scheiße So Dann könnte ich vielleicht doch die Bibliothek finden Wenn ich jetzt hier klettere Also jetzt nicht in dem Teil in dem Bereich aber Im Südviertel vielleicht eventuell Ja 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 stone marketer kommen wir mal wieder nach stone market stone market noch mal zurückgehen docks die stadt stone market hier stone market vielleicht finde ich den eingang hier irgendwo mir fehlt leider nichts anderes ein leute so 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 Ah, das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Well, guess it's nothing. Evening to you. Have a nice night. Excuse me, sir. Always nice to see you. I watch it. Say, Garrett, you got a sec? Could you sign something for a friend of mine? Sort of an autograph kind of thing? Her name's Marla, too. Just by coincidence. Uh-oh. Found you! Who are you? Leave me alone! So that's where you were! I knew it! Now face me, coward! I see you! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. So, jetzt ist der wenigstens wieder K.O. Ansonsten, wie gesagt, gibt es hier keinen Ausgang zur Bibliothek. Ich denke mal, ich muss da irgendwie klettern. Also nicht hier, aber da ich jetzt weiß, dass ich oben aufs Dach kann. So, und zwar müsste ich in dem Teil hier irgendwie klettern können. Hier ist ja Terzes Hof irgendwo in der Nähe, vielleicht finde ich da irgendwie einen Zugang. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Obwohl ich hier schon mal geschaut habe. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Ich habe nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe, in all meinen Jahren. Ich habe nur noch nie gesehen, wie ich in all meinen Jahren gesehen habe. Ich habe nur noch nicht gesehen. Ich bin glücklich, dass ich nicht unterhalb der Zeit war. Stonemarket, aber ich war doch schon. Stonemarket, Taverna. Taverna ist doch hier. Leute, ich komme hier nicht weiter. Ich stecke fest. Ich glaube, ich gebe es auf hier. Es ärgert mich. Es ärgert mich hier, dass ich nicht weiterkomme. Ah, warte mal, da ist ein Fenster. Sag mal nicht, dass ich ins Fenster kann, Alter. Das wäre ja ein Knaller. Alter, ich glaube es ja nicht. Ich habe den Eingang gefunden, Leute. Oh, Junge. Direkt über meine Nase. Aber nee, ich muss hier zigmal hin und her laufen. Okay, Leute, dann beenden wir das Ganze jetzt. Und im nächsten Teil geht es dann endlich weiter. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil. Vielen Dank.